Hallo Leute, ähm, wie ihr vielleicht bemerkt habt, haben wir jetzt die 100 Abonnenten und da haben wir uns überlegt, dass wir ein kleines Special machen. Ähm, nicht Chris? Ja, haben wir überlegt. Hab ich überlegt, weißt du? Gereon! Alle überlegt und ja. Ja, meinst du? Ja. Oh, Mann! Nee, ich hab... Okay, sag du. Ja. Wir haben ja mal vor langer Zeit gesagt, dass solche bei uns bei Let's Play Together, beziehungsweise Let's Battle mitmachen können. Und da kommen wir jetzt auch schon zum dritten Preis. Das ist die Teilnahme am Let's Battle. Echt? Let's Battle? Okay. Ja, oder? Oder wollten wir... Ja. Nee, ist richtig. Ja, dann... Nee, ich würd sagen, nee, äh, zweiter und dritter Preis könnt ihr selber entscheiden, ob ihr entweder Let's Play Together oder Let's Battle nehmt. Also der zweite, der darfst du dann entscheiden zwischen den beiden. Und der andere bekommt das andere. Ja, der dritte. Okay. Äh, der erste Preis ist... Gereon. Äh, eine PC-F-Card. Und zwar über? Haben wir gesagt 10 oder 25 Euro? Über 25 Euro. Ja, sehr gut, Gereon. Ja, äh, die bekommt ihr auch. Also bekommt einer von euch. Ihr müsst eigentlich nicht Abonnent sein und einen Kommentar schreiben, dass ihr das halt wollt. Genau, ihr müsst, äh, genau so wie wir jetzt im Video einblenden werden, müsst ihr diesen Kommentar schreiben. Und wer das sich genau so schreibt, der, äh, ist nicht mit dabei. Und auch nicht irgendwie mit nem Herz oder so. Ich weiß, wir sind alle geil. Ich der geilste. Aber das braucht ihr nicht. Ja, das braucht ihr halt nicht. Ja, ähm, noch irgendwas? Ja, ich bin jetzt beim Let's Play dabei. Ja, haben wir schon gesagt, die kreativen Ideen sind jetzt wieder zurück. Ja. Und, äh, da Florian auch so ein kreatives Genie ist, hat er einfach mal seine komplette Festplatte crashen lassen oder was war das? Nein, also, das kann ich ganz direkt gut erklären. Ähm, wir hatten halt noch zweieinhalb Stunden Material fürs Let's Play. Dann ist aber meine, äh, mein Betriebssystem gecrashed. Dann war, musste ich das wieder neu installieren. Also, wieder aufspielen. Dann war alles weg. Deswegen fehlen jetzt zweieinhalb Stunden Material. In der Zeit kann ich euch ja mal ungefähr zeigen, was wir gemacht haben. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Hier oben haben wir jetzt noch eine Etage draufgesetzt. Hier mit Glas. Sieht sehr unpersönlich aus. Ähm, oh ja. Wärst du dabei gewesen? Ja, wär ich dabei gewesen, sähe das ganz anders aus. Alles wäre besser, aber das wird's ja jetzt, Leute. Die meiste Zeit aber unterirdisch verbracht. Hier in den Höhlen. Und wurden... Also, wir haben halt riesige Höhlen gefunden. Und wir haben uns mit Creepern rumgeschlagen. Was ja eigentlich auch schon davor war. Ja, nicht nur mit Creepern, aber... Meistens mit Creepern, die dann hier explodiert sind, weil die ja irgendwie tagsüber auch bleiben. Und meistens war's natürlich die Schuld von dem, der gerade auch nennt. Also vom Florian. Ja, von mir. Also nicht richtig Schuld. Ach ja, genau. Und? Es war nicht mein Schild. Ob Sie denn abgebaut? Ja, du warst ja kämpfen. Äh, wir haben Ob Sie denn abgebaut, als wir in der Höhle waren. Und dann haben wir hier ein Helltor gemacht. Helltor? Ein Helltor. Ja, ein Helltor. Geh, das ist nett. Ja, ist doch egal, auf jeden Fall. Ähm, dieser Port. Als nächstes wollen wir da jetzt reingehen. Ja, okay, komm, gehen wir rein. Ähm, ja, aber dann müssen wir... Oh, der Scheißspass, die ist, ey. Jetzt ist wieder dieser Bug. Ja. Wir gehen... Ähm, das kommt jetzt aber gleich erst dran, weil wir halt dann nochmal die ganzen Sachen wieder vorbereiten und nicht auch auf einen anderen Charme muss. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Und tschüss.